Ich glaube, du hast gar keine Pflanze in meiner Wohnung, oder? Ja, eine, aber ich glaube nicht, dass die echt ist. Oder im Haushalt mehr. Willkommen zur Zimmer-Challenge mit Thorsten Mahrer und Markus Beink. Bereit? Absolut, ja. Eindeutig, erster Punkt. Bravo. Pinky süchtelt im Zimmer, sehr viel Serie. Ich habe ein großes Arbeit und da bittet sich die Serie und die bittet sich auch mehr. Zeiterpunkt. Ja! Das ist eine knappe Geschichte, nämlich. Ja, ich bin mit dir gegangen, aber ich glaube, du bist genauso. Ja, ich bin genauso. Aus mit der Frau. Du wärst immer bekopft, oder? Nein, ich koch sehr gern. Ja, ich habe gedacht, du musst selber kochen. Ja, vor allem. So was der Hütte kocht immer bitte. Das ist etwas individuelles, das ist schwer. Ja. Ich bin ganz klar, mit seiner Ordnung, mit seiner Ausstellung, der hat einen gewissen Charme und deswegen James Bond. Ja, wenn der Binge das sagt. Ja, ich bin ganz klar. Ja, ich bin ganz klar. Nein, ich bin ganz klar. Ja, ich bin ganz klar. Ohne Hesche, Thorsten. Ohne Heschen? Ja. Ohne Heschen? Ja. Ich glaube, du hast noch gar nichts, deswegen... Nein. Deswegen echt eine obene Hesche. Ich glaube, das Ding das ist. Ohne Heschen. Ohne Heschen. Ne, der Binge sitzt sehr viel im Auto, weil er zur Familie heim muss, deswegen... Genau. Übung macht den Meister. Komm er immer heil zurück, also... Passt dich. Ohne Heschen. Nein, das war sehr lecker. Das war sehr lecker. Das war sehr lecker. Ja, das war sehr lecker. Punkt. Ja... Ich verstehe, du skal gar keine Pflanze in den Runden, oder? Ja, aber ich glaube, nicht, dass das echt ist. Aber im Haus, ja. 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 Ich verstehe, du solltest nicht mehr. Ich verstehe, du solltest nicht mehr duistern. Ja... Jaaa! Ohne Heschen. Denke ich wieder an die Familie, wenn die Familie schreibt oder so, dann muss ich am Handy auch etwas sagen. Ich bin immer am Prämieren, deswegen... Punkt. Yes! Das sind, glaube ich, so ungefähr 15, 20 Prozent. Punkt. Easy. Sehr leicht. Ich glaube, es geht nicht darum, wie viel er hat, sondern wie wenig ich habe. Ich verwende so gut wie gar keine Pflegeprodukte. Geht immer zu mir, wenn ich etwas brauche. Genau, und wenn, dann brauche ich es mir vom Pinke aus von dem her. Das ist halt einfach. Das war eine relativ einfache Frage. Da gibt es jetzt keine Reihe. No! Ja! Ich glaube, du bist noch nicht so lange zu haben. Ich bin schon erlebt noch. Ja. Ich investiere voll viel, aber... Na eben, deswegen. Können wir dich noch einmal reinstellen? Ah, dich hätte man gebraucht.